Das ist unser Haus mit dem wir uns den Wunsch von der Energiefreiheit erfüllen. Mit der PV-Anlage bekommen wir gratis Sonnenstrom und sind somit an schönen Tagen unabhängig. Wir können unsere E-Geräte betreiben und zusätzlich unseren Stromspeicher aufladen. Naja, aber was ist, wenn die Sonne mal nicht scheint? Dann kommt der Strom aus der Batterie. Ist die Batterie auch leer, löst die stromerzeugende Pelletsheizung das Problem, denn sie sorgt an bewölkten Tagen und auch im Winter für Strom und Wärme. Aber können beide miteinander kombiniert werden? Zwei Stromerzeuger, die sich ganzjährig ergänzen und aufeinander abgestimmt sind? Mit der innovativen Technik von ÖkoFan ist das möglich. Damit wird Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wie das geht? Die PV-Anlage und die stromerzeugende Pelletsheizung sind ein ideales Team. Sie stimmen die Stromerzeugung aufeinander ab. Die Regelung? Das Gehirn der Anlage kennt den Ladezustand der Energiespeicher und weiß, wie viel Energie gerade benötigt wird. Sind die Energiespeicher voll, kann der Strom für das Laden des Elektroautos verwendet oder in Wärme gespeichert werden. Bei Verbrauchsspitzen und auch bei Stromausfällen steht genügend Energie zur Verfügung. Das Beste, die Anlage behält auch das Wetter im Auge. Wird in absehbarer Zeit sonniges Wetter prognostiziert, wartet die intelligente Pelletheizung auf die bald zur Verfügung stehende Sonnenenergie. Somit ist eine unabhängige Energieversorgung gewährleistet. Jetzt nochmal im Detail. Alle fünf Komponenten, Pelletsheizung mit E-Ready-Paket, PV-Anlage, Wechselrichter und Speicher sowie den Stirling-Motor können wir auf einmal oder Schritt für Schritt in unser Haus einbauen. Wir wissen, wie wir unser Haus ganzjährig mit nachhaltig produzierter Energie versorgen und uns den Traum von der Energiefreiheit erfüllen. Du auch? Mehr Infos auf www.ökofan.com